Schau mal, leider ist es gut! Ne, super gemacht. Ein bisschen zu schnell fast. Ich wollte es immer mehr haben. Man hat schon gemerkt, so schnell wie möglich durch. Keine Punkte. Aber es ist einigermaßen manches Wackrader. Jetzt kann man wegfallen. Jetzt fallen, links rum. Müssen wir jetzt die andere Seite nicht auch noch ein Stück abflexen? Nummer 3. Ne, ist zu fassen. Ne, ist zu fassen. Nehme ich jetzt gar nicht. So. Ja? Damit ich auch mal dabei bin. Da wollen Sie auch schon, ich schätze Sie auch bitte.